Der Prolog von Orid vom 21. September Gedenken Der heilige Apostel Quadratus, einer der 70, war Schüler der großen Apostel. Er verkündete das Evangelium in Athen und war der erste Bischof von Athen nach dem heiligen Publius und danach Bischof von Magnesia. Quadratus war hochgebildet in welcher Weisheit und reich in der Gnade des Heiligen Geistes. Sein Biograf sagt über ihn, in dem er Sirach 50, Vers 6 zitiert. Er war wie der Morgenstern inmitten der Wolken. Die Wolken waren die Finsternis des griechischen Heidentums ohne das Licht der Frömmigkeit. Der heilige Apostel Quadratus erstrahlte durch das Wort Gottes unter den Griechen wie ein helles Licht. Er leuchtete die Finsternis, zerstörte die verderblichen Opferkulte, zerschmetterte die Götzen und zerstörte die dämonischen Tempel durch sein Gebet. Doch die Finsternis hasst stets das Licht und die Heiden hassten den heiligen Quadratus. Zuerst steinigten sie ihn, wie ein Zebräer den heiligen Stefan steinigten, dann warfen sie ihn ins Gefängnis und gaben ihm kein Brot, bis er seine heilige Seele aufgab und ins Reich Christi seines Gottes ging. Der heilige Quadratus schrieb eine Apologie des Christentums und gab sie Kaiser Hadrian. Diese Apologie wirkte dermaßen stark auf den heidnischen Kaiser, dass dieser anordnete, Christen nicht ohne besonderen Grund zu verfolgen. Der heilige Quadratus erlitt das Materium um das Jahr 130. Er ist begraben in der Stadt Magnesia, wo er litt. Die heiligen Hiromertierer, Hippathios, Bischof von Ephesus und Andreas, der Presviter. Beide wurden in Likien geboren und waren von Kindheit an Freunde. Als sie erwachsen wurden, widmeten sie sich beide von ganzem Herzen dem Dienst Gottes. Hippathios als strikter Mönch in Asket und Andreas als Priester unter den Menschen und als Verkünder des Wortes Gottes. Wegen ihrer großen Tugenden wurde Hippathios zum Bischof von Ephesus geweiht und Andreas zum Presviter. Beide erlitten das Materium unter der Herrschaft des ikonoklassischen Kaisers Leo des Isauriers. Nach schrecklichen Foltern um der heiligen Orthodoxy willen wurde sie im Jahr 730 enthauptet und traten aus diesem vergängten Leben in das ewige Leben ein. Der heilige Dimitri, Bischof von Rostov Dimitris Leben wird am 28. Oktober berichtet. Doch heute gedenken wir die Auffindung seiner wundertätigen Reliquien im Jahr 1752. Synaxis der Heiligen des Kiewer Höhenklosters Das gesegnete Werk der Skese, begonnen durch den fleißigen und großen gottgefälligen Antonius, wuchs durch die Jahrhunderte wie ein fruchtbarer Olivenbaum. Die zahlreichen Heiligen, die wie Sterne in Antonius' Höhen leuchteten, werden alle an jeweils eigenen Tagen geehrt. Heute jedoch wird ihrer Aller insgesamt gedacht und sie werden angerufen, den Gläubigen zu helfen. Lobesünde Der heilige Apostel Quadratus Der heilige Quadratus, wie der Morgenstern, ließ das Licht des heiligen Evangeliums strahlen, sandte Lichtstrahlen aus durch die dichte Finsternis und Gnade auf die leeren Herzen. Quadratus Quadratus vernichtete die Verirrung des menschlichen Geistes, erleuchtete die Ahnungen in den Herzen der Menschen, erleuchtete sie mit dem Licht Christi und erleuchtete die Welt durch Christi Weisheit. Ungläubige bekehrten sich zum höchsten Gott und empfingen grausame Wunden für Christos. Hadrian, den Verfolger des Kreuzes, schrieb Quadratus seine Apologie in der Beretheit und Fertigkeit der Griechen und der Einfachheit der christlichen Wahrheit. Quadratus hatte Erfolg und überzeugte den Kaiser, die heilige Kirche vor dem Übel zu bewahren. O Quadratus, jünger Christi, weiser Verteidiger der heiligen Kirche, Diener Gottes, warst du in Wort und Tat. Jetzt bist du mit unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt. Zu dir beten wir, Christen voller Eifer. Hilf uns, o heiliger Apostel, hilf uns, das Unheil zu überwinden und alle Leiden für Christos zu erdulden. Betrachtung Wenn wir mit fester Entschlossenheit beginnen, dem Gesetz Gottes gemäß zu leben, dürfen wir keinen Angriff von Seiten derer fürchten, die das nicht verstehen. Denn für diejenigen, der wirklich begonnen hat, nach Gottes Gesetz zu leben, gereicht alles, was ihm durch das Handeln der Menschen widerfährt, zum Nutzen und zu verherrlichen Gottes. Besonders notwendig ist es, dass man einen Ortswechsel von einem Ort, an dem man sich gern aufhält, zu einem Ort, der einem missfällt, nicht fürchtet. Auch wenn dieser Angst macht und von einer bedrückenden Ungewissheit über Gottes Plan für uns ist. Hatte Josef Schaden erlitten durch die Bosheit seiner Brüder? War nicht seine unfreiwillige Reise nach Ägypten stattdessen das Mittel dafür, dass er später zu großer Ehre gelangte und seine Brüder vor der Hungersund gerettet wurden? Und bildete sie nicht die Grundlage für all die wundervollen Werke Gottes durch Moissis in Ägypten und in der Wüste? Heiden und Heretiker vertrieben orthodoxe Christen oft in barbarische Gegenden. Was geschah daraufhin? Hat dies die Orthodoxie vernichtet? Nein. Sie wurde eher in den Seelen jener Verbanden oder unter den barbarischen Völkern durch die Verstreuten gestärkt. Der böse Heretiker Lucius vertrieb den berühmten Makarius und mehrere andere der Remiten von Thebenesis aus Ägypten auf eine barbarische Insel, auf der alle eingebodenen Götzenanbeter waren. Doch diesen heiligen Männern gelang es durch ihre Belehrung und ihr Vorbild bald die ganze Insel zu torfen, die dann später unter dem Namen Insel der Buße bekannt wurde. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie Gott auf wundersame Weise Jerusalem aufgrund der Gerechtigkeit Jehoshaphats rettete. 2. Chronik 20 Wie Moabiter und Ammoniter in großer Zahl gegen Jerusalem heranrückten. Wie König Jehoshaphat zu Gott betete und ihm durch die Propheten offenbart wurde, Dies ist nicht euer Kampf, sondern Gottes. Wie die Moabiter und Ammoniter untereinander stritten und bis zum letzten Mann umkamen. Homilie Über die Gottheit des Sohnes und seine Wesenseinheit mit dem Vater Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14, Vers 9 Herr, zeige uns den Vater. Das genügt uns, sagt Philippus. Der Herr antwortet mit folgenden Worten. Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dies ist die Antwort des Herrn an seinen Jüngern. Philippus wünschte, Gott mit seinen körperlichen Augen zu sehen. Er hatte Christus drei Jahre lang gesehen und ihn nicht als Gott erkannt. Warum? Weil Philippus vor der Herabkunft des Heiligen Geistes mit seinem körperlichen Blick auf den Körper schaute, das heißt, er schaute mit irdischen Augen auf den Herrn Christus als Menschen. Er hatte noch nicht die Göttlichkeit des leibgewordenen Sohnes Gottes gesehen und wünschte, Gott den Vater zu sehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dadurch will der Herr nicht sagen, dass er Sohn der Vater sei. Nein, sondern dass er und der Vater gleichen Wesen sind. In dem Maß Gott sich den Menschen zu offenbaren vermochte, offenbarte sich durch Gott den Sohn, der den Menschen als Mensch erschienen war. Nicht Gott der Vater nahm Fleisch an und auch nicht Gott der Heilige reist. Allein Gott der Sohn wurde Fleisch. Wie konnte er dann seinen Vater dem leiblichen Blick des sterblichen Menschen offenbaren? Genau dadurch, dass er Sohn sich verleiblichte und sowohl sich, all durch den Vater, all durch den Heiligen Geist, die Wesens einer Gottheit, dreieinig in den Personen zu offenbaren. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Herr denkt hier an seine göttliche Natur. Darin ist er im höchsten Maß mit dem Vater vereinigt und eines Wesens mit ihm. Wenn Philippus zu jener Zeit in der Lage gewesen wäre, die göttliche Natur Christi zu sehen, dann hätte er nicht die Bitte vorgebracht. Zeige uns den Vater. Natürlich konnte er nicht die göttliche Natur sehen, die geistig und unsichtbar ist. Doch er vermochte deutlich, die großen Werke Christi als Offenbarung seiner göttlichen Natur zu sehen. Heutzutage sagen manche, zeige uns Gott und wir werden glauben. Sprich zu ihm. Wir zeigen euch den Herrn Christus. Dann glaubt. Ich bin seit 19 Jahrhunderten bei euch gewesen, um Menschen, und ihr kennt mich noch immer nicht. 19 Jahrhunderte, erfüllt von seiner Herrlichkeit, seinen Wundern, seiner Macht, Gnade und Barmherzigkeit und mit seinen Heiligen und Märtyrern. Und auch immer gibt es Törichte und Blinde, die fragen, wo ist Gott? O Christus, unser Herr und Gott, öffne die geistigen Augen jener, die noch nichts sehen, auf das sie die Pracht deiner Herrlichkeit segnen mögen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.